So, wir sind an der Gustav-Fischer-Straße und fahren Richtung Twilight-Zaun. Im Bus ist es nicht voll. Nur einmal, ist jeden Sinn noch da. Wir bereiten uns auf das Abend. Alter, was gibt es heute zum Abendmahl, Gussi? Heute gibt es leckere Bohnen mit Reis. Und Chili-Sauce dazu. Alter. Ich kriege langsam Hunger, muss ich sagen. Ich kriege langsam Hunger schon vom Hören, Digga, vom Hören. Ja, wir sind gleich da. Dann noch eine Station. Und du musst rausflitzen, Alter, und Berg hochrennen. Berg hochrennen, Alter. Dass du dein Abendbrot noch vor um 10 Uhr bekommst, ja? Alter. Alter. Dieses vegetarische Leben ist echt hart. Vegetarisch Leben ist echt eine Leistung. Eine großartige Leistung. Eine großartige Leistung. Alter, Alter. Wir genießen den Augenblick, sagt Superpower-Taro. Ja. Super weißer Mensch. Und meine Station meldet sich. Ich muss also raus.